So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe einen Pioneer Challenger Deck dabei. Und jetzt fragen sich alle Glecki, WTF? Und ich sage ja, es ist mir in die Schoß gefallen, es tut mir leid. Ja, machen wir mal das Challenger Pioneer Deck auf. Das ist in Deutsch. Es ist das Osorius Geister. Und ich bin so doof wie immer, diese Scheißdinge aufzumachen. Und wir haben hier stehen Glaubst du an Geister? Steht da. Kann man ganz schlecht lesen. Und wir haben hier, glaube ich, wieder diese möglichst wenig Plastikverpackung. Auch wenn sich dieses ganze laminierte Zeug, ehrlich gesagt, sehr hart nach Plastik anfühlt. Also es steht auch gar nicht mehr drauf von wegen umweltfreundlich oder sonst was. Dementsprechend glaube ich da nicht mehr dran. Gucken wir uns das Deck mal an. Wir haben hier diese wunderschöne Plastikbox. Und das fühlt sich, das fühlt sich alles so plastikmäßig an. Aber es ist zumindest kein gelbes Simbol drauf. Dann haben wir hier so eine Box. Die müssten, ja, die passen gesleeved da rein, was ich ganz cool finde. Nicht, dass ihr die benutzen solltet. Aber das ist ganz cool. Mehr Papier. So. Mainboard. Sideboard. Einen wunderschönen Kartentrenner. Und, oh mein Gott. Pioneer. Wo kannst du spielen? In eurem Local Game Store. Mit Freunden. Wo auch immer ihr möchtet. Was ist Pioneer? Pioneer ist ein Constructed-Format, in dem man Karten spielen kann. Nicht mehr von Teil von Standard sind. Seit 2012. Das Format, was wir jetzt supporten möchten demnächst. Was aber einfach sie, lol, die steine in der Schlange, getötet haben. Mit wenig Support und sonst was. Wofür jetzt diese Challenger-Decks rausgekommen sind. Wir haben Orts of Auren. Geister sind sehr freundlich zu dir. Es geht darum, viele Geister auf Feld zu bekommen und auf die Schnauze zu hauen. Orts of Auren haben wir ein Deck, was mit Verzauberung um sich wirft und los spielt, was ganz cool ist. Monorot, Burn, einfach ins Gesicht, Gesicht, Gesicht. Und wir haben Lotus-Feld-Kombo, wo es eben darum geht, mit Lotus-Feld eine Kombo zu machen. Indem man einfach, ja, ich glaub, Second Sunrise spielt. Ja. Und damit Second Sunrise easy peasy gewinnt. Und wir haben heute das Deck. Gucken wir uns mal an, was wir hier erstmal Sideboard haben. Natürlich erstmal Sideboard. Weil Sideboard ist ja das Unrelevantere auf den beiden. Und dementsprechend ist das für mich interessanter. Wir haben ein Isolien... Warum? Hä? Warum hat das... Warum hat das hier diesen Schulings da? Ah, okay. Krass. Diese Karte ist die allererste Karte, also das erste Mal, dass diese Karte mit Mana-Betrag statt Mana-Welt... äh... Converted Mana-Kost rausgebracht wird. So ist es richtig. Der ist wegen der Schulings da. Wow. Okay. Krass. Es gibt 10 Stück davon anscheinend. Das ist Nummer 3 von 10. Wow. Drei isolieren. Cool. Erdaböe. Ein blaues, ein farbloses, bestimmt Zauberspruch oder eine bleibende Karte in der Wahl, die rot oder grün ist und legt sie aufs Besitz, das Deck oder unter. Cool. Versiegelung. Zwei Mana aufblitzen, schicke eine... Was? Wenn das Spiel kommt, schicke eine getappte Kreatur ins Exil, bis die Versiegelung ins Spiel verlässt. Auch nicht schlecht. Uh, Zauberdurchbohrung. Auch nicht schlecht. Ein Mana-Konter, nicht Kreatur und Zauber, seine Wäsche hat zwei Mana. Sakrales Dekret. Zwei Mana, schicke eine Kreatur, ein Planeswalker deine Wahl, der rot oder schwarz ist in Exil. Hm. Nice. Okay, hier haben wir wieder ein Shootings da. Seidenfessel. Zwei Mana. Eins ins Spielfeld kommt, schicken wir eine Kreatur mit Mana-Betrag drei oder weniger ins Exil, bis das Spiel verlässt. Seide hinterlässt, keine Narben. Das ist eine Lüge. Ich möchte darauf nicht genauer eingehen, aber das ist eine Lüge. Dann haben wir noch ein Licht der Hoffnung, die spiele ich aktuell in meinem ehemaligen Standard-Deck. Ein weißes Mana. Wir kriegen entweder vier Leben, zerstörende Verzauberung oder legen eine Plus 1 zu 1 auf eine Kreatur. Sehr cooles Side-Bot, sehr versiles Side-Bot, gerade gegen die anderen Pioneer-Decks. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde nicht alle Pioneer-Decks euch zeigen. Ich werde wahrscheinlich nur zwei oder drei Pioneer-Decks euch zeigen und dann war's das. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich habe festgestellt, wenn ich immer wieder alles zeige von einer kompletten Rotation, sind die letzten nicht so sehr beliebt, weil die halt echt lange auf sie warten lassen. Das habe ich bei den Challenger-Decks zu Standard gemerkt. Das, also, das, ja, bis dahin ist halt ja auch schon alles rumgeführt. Dementsprechend, ja, lassen wir das. So, die Karten fühlen sich übrigens sehr, sehr seltsam an. Sind die made in US? Ja, hergestellt in den USA. Ohne Kacke. Ich hätte die lieber aus Belgien. Dann wären die qualitativ auf jeden Fall hochwertiger. Die haben nicht diesen glatten Finish, sondern, ich weiß nicht, wie gut man es hört, dieses raue Finish, das ist wirklich, also, wenn ich mir dann jetzt mal hier so eine europäische Karte nehme, hoho, es fühlt sich viel besser an. Es fühlt sich so viel besser an. Oh mein Gott. Naja, gucken wir uns das Deck an. Wir haben dreister Langfinger, 3x3,1 mit Aufblitzen. Also können wir, spielen wir einen Spandansauber. Er kann fliegen und kann nur fliegen, die Radon blocken. Das ist unrelevant, weil, der wichtige Teil ist hier, Patty Theft, in Deutsch, gemeiner Diebstahl. Ein blaues, ein farbloses, für Blick bringen eine bleibende Karte, die kein Land ist, auf die Hände versetzt. Das zurück als Spandansauber. Sehr cool. Hier sind gar keine Token drin. Fällt mir jetzt erst auf. Hier ist kein Adventure-Token oder Spirit-Token oder sonst was. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, Mausoleums Wanderer. Ein-Manner, 1-1 fliegend. Immer wenn ein Geist unter der Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der plus 1-2-1-Mann des Zuges. Und man kann ihn opfern, um einen Spandansauber- oder X-3-Karte zu neutralisieren. Ist seine Wertschätzt halt 1-Manner. Äh, X-Manner. Wobei X die Stärke ist. Also im Durchschnitt 1-Manner. Davon haben wir 2. Räumütiger Kleriker. 2-Manner, 2-1 fliegend. Wir können ihn opfern, um alle Karten aus dem Friedhof zu exilen. Ja, so viele Friedhofsdeck gibt es nicht im Pionier, soweit ich weiß. Dementsprechend, hm. Uh, selbstloser Geist. Davon müssten... Davon ist nur einer drin. Schade. 2-Manner, 2-1 fliegend. Man kann ihn opfern, um allen Kreaturen, die man kontrolliert, und Zerstellbarkeit zu geben. Sehr, sehr stark. Kettenrassler. Der kommt mir auch bekannt vor. 2-Manner, 2-1. Flash fliegend. Und wenn er in die Spielwelt kommt, kriegt er einen Geist fluchtsicher. Und man kann Geisterzaubersprüche wirken, als ob sie aufblitzen hätten. Sehr starke Karte. Hoffentlich 2-mal, 3-mal. Oh mein Gott, 4-mal? 4-mal. Nice. Fesselgeist. 2-Manner, 2-2 fliegend. Kann nur fliegende Kreaturen blocken. Wir können 2 Geister tappen, um meine Kreatur zu tappen. Hm, stark. Nicht verkehrt, aber 3-mal ein bisschen viel. Okay. Phantombeherrscher. 2-Manner, 1-3 fliegend. Andere Geister halten. Plus 1-1. Also wenn der nicht 4-mal dabei ist, bin ich enttäuscht. Jawohl. Einfach nur, weil das ein cooler Lord ist. Zauberhemmer. Oh, Spellquelle. Oh mein Gott. Ist das ein neues Artwork? Oder bin ich einfach nur, oder kenne ich die Karte einfach nur zu schlecht? Könnt ihr mir bitte in die Kommentare mal schreiben. Ein blaues, ein weißes, ein farbloses. 2-3 fliegend Flash. Wenn das Spiel wegkommt, schicken wir einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 4 oder weniger ins Exil. Wenn er das Spiel verlässt, wird der Zauber gewirkt, der da gezeigt wurde. Zweimal sogar. Und Gletscherfestung kommt. Enttappt ins Spiel, wenn wir eine Ebene oder eine Insel kontrollieren. Tappen für blaues oder weißes. Zwei Stück nur. Okay. Tempel der Erleuchtung. Tappen. Kommt getappt ins Spiel. Wir scryen 1. Tappen für ein weißes oder blaues. Ganz schlecht. Also diese, diese... Oh Gott. Oh nee. Husser. Warum? Keine Tablands in solchen Decks. Hat ne Kacke. So, dann haben wir Spektraler Seemann. Einmal 1-1 Flash fliegend. Und wir können für vier Mann eine Karte ziehen. Geist. Pirat. Was will man mehr? Sehr, sehr coole Karte. Auch viermal vorhanden. Dann haben wir Behüter der Sphären. Ein blaues, ein farbloses. 2-2 fliegend. Vogelzauberer. Kein Spirit. Was? Ist der? Kreaturen, die du wirkst mit Flugfähigkeit kosten einmal und weniger. Okay, deshalb wird er gespielt. Und immer wenn eine Kreatur mit fliegenden und reingewollten Spiel kommt, kriegt der Plus 1-1. Okay. Ist kein Spirit. Langweilig. Da. Vogelgeist. Hier ist ein Spirit. 3-2-3 fliegend. Andere fliegende Kreaturen erhalten Plus 1-1. Hier noch so ein Lord. Mehr Lords. Mehr ins Gesicht. Mehr cool. Ebenen. Inseln. Und dann haben wir hier noch luftige Verweigerungen. Ein blaues, ein farbloses neutralisierenden Zauberspruch, falls er wäre schon nicht ein Manner bezahlt. Er muss stattdessen 4 bezahlen, wenn man die Kreatur mit Fliegen kontrolliert. Davon haben wir 4 und nochmal 2 Zauberdurchbohrungen. Ja, die Kartenqualität ist echt Mist. Ist echt Mist. Ja, wenn ihr zu diesem Deck ein Upgrade sehen wollt, könnt ihr liebend gerne mal beim lieben Gamery vorbeischauen. Der hat dann im Livestream hat er das Deck geupgradet und damit ein bisschen schon gespielt und ein bisschen was gezeigt. Sehr, sehr cool. Generell Pioneer ist ja eher sein Gebiet und deswegen dachte ich, empfehle ich euch mal irgendwie bei ihm anzuklopfen, wenn es um Pioneer geht. Oder kommt bei uns auf den Discord, auf den Radio Afnika Discord. Da sind wir auch relativ aktiv. Auch wenn da eher Standard und so weiter ist, aber da sind noch ein paar Pioneer Leute. Wenn ihr da noch ein paar Leute sucht zum Spielen. Webcam oder vor Ort. Vielleicht findet man ja tatsächlich jemanden vor Ort. Ja, könnt ihr da auf jeden Fall reingucken. Ich freue mich auf jeden Fall über dieses Deck. Ich finde es sehr, sehr cool und bevor ich es auseinanderropfe, werde ich es auf jeden Fall ein paar Mal spielen. Ihr wisst, Pioneer ist nicht so meins, aber ich möchte es zumindest mal ausgetestet haben. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.